Süße, ich hab ein Vorsprechen für die Fortsetzung dieses Indie-Films. Two Girls, One Cup. Ähm, das ist ja super, aber Süße. Die Fortsetzung heißt Two Girls, One Cup, voll gestuhlt. Das klingt einfach wie ein neuer American Pie-Film. Ja, da geb ich dir prinzipiell recht. Aber Süße. Das Beste hab ich dir aber noch gar nicht erzählt. Es geht noch besser? Ja, das Vorsprechen ist für die Hauptrolle. Stell dir mal vor, ich spiele die Hauptrolle und alle kennen meinen Namen. Deine Familie wäre bestimmt ganz aus dem Häuschen. Aber Süße. Was denn? Irgendwie freust du dich gar nicht so wirklich. Bist du etwa neidisch? Nein, du weißt, dass ich dir allen Erfolg dieser Welt von Herzen gönne. Aber was genau weißt du über den Film? Nur den Titel und das Teil 1 extrem erfolgreich war. Was stand denn in der Anzeige? Es gab einen Fragebogen. Essen Sie gerne Schokopudding? Haben Sie ein Problem, sich mit jemandem einen Becher zu teilen? Können Sie gut mit Dingen umgehen, die aus dem Mund von anderen kommen? Die drei Kotzgetiere-Emoji. Wieso die Reaktion? Die wollen doch nur wissen, ob ich gut mit anderen zusammenarbeiten kann. Wollen Sie nicht? Google den Titel und schau dir den Film an. Okay, Moment. Was zur Hölle? Drei Leute haben Two Girls One Cup gesehen, Emoji. Doch keine Lust mehr auf die Hauptrolle? Ich weiß, dass man in der Filmbranche manchmal es piep fressen muss. Aber nein, das mach ich nicht. Selbst für 50.000 Euro Gage. 50.000 Euro Gage? Schick mir bitte mal den Flyer. die individuellen bekanntungen, w temunderschön sehe lower zu sein. Also bevor führt die 중요한 Naturgroup. Was normalerweise nach wavelength eher nah CARся. Vielen Dank.